Die Planet Weck Attack. Stephans Aufwach-Arschtritt. Von einem schönen guten Morgen kann man hier in 100.2 Halstein nicht sprechen. Unser Planet Weck Attack Opfer Harald ist gleich dran. Er wird von 78 Zehen einer Motorsäge geweckt. Und neben uns steht die Komplizin, seine Schwester Sophia. Hi, guten Morgen. Guten Morgen, für uns ist er gut. Was geht gleich für Harald ab? Warum willst du ihn wecken lassen? Mein Bruder ist so unzuverlässig, das ist das Erste. Zweitens steht er nie selbstständig auf, wenn dann nur ganz selten und verpennt halt ziemlich oft. Und alle möglichen Weck Attacken, die ich bis jetzt so gestartet habe, sprich Wasser etc., haben bis jetzt noch nie was genützt. Ich bin mir aber sicher, dass der heutige Aufwach-Arschtritt einiges nützen wird. Die Person hinter mir, wenn man von einer Person sprechen kann, hat schon in einigen Horrorfilmen die Hauptrolle übernommen. Und Harald wird jetzt geweckt und wird richtig Schiss haben. Du bist Planet Back Attacked! Du bist Planet Back Attacked! Guten Morgen! Na, wie riecht's dir? Wie geht's dir? Sophia, ich bring dich um! Was machst du mit deiner Schwester? Ich schenke sie auf! Stefan's Aufwach-Arschtritt Die Planet Weck Attack Only on Planet More Music Radio